Hey, hey, ich habe mir gedacht, es wäre Zeit für ein kleines Kurzvideo. Vielleicht hört ihr schon den Hintergrund warum. Wir fahren so ein bisschen mit so einem kleinen Motorweich hier gerade herum. Eigentlich bin ich hier gerade am Arbeiten, aber wurde gerade kurz gefragt, ob ich das nicht auch mal machen will. Dann habe ich mir gedacht, ich nehme euch da natürlich mit. So, jetzt geht's los. Ich gehe raus, ich gebe die Kamera weiter. Ja, es startet ab vorher. Ja. Okay, ich sehe. Alright, try again. You need to crank it down with your foot and have this on the throttle. Ja? Alright, go. Try now. Faster? Harder? Alright, try. Faster. Oh, da, ja. Oh, da geht's. Let's see if there's nothing here. It needs to fill up. Yeah. Alright, so I'll fill it up and bring it back to you. Okay. Okay. Da war das Motorrad jetzt einfach mal schnell leer. Ich arbeite dann während das mal ein bisschen weiter und gleich ist es wieder voll. That's a little bit. You make me feel so alive. Oh, da, ja. Oh, da, ja. Yeah, oh, da, ja. 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 Ah, it makes so much fun. Ah, your turn again. Boah, das war geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Sehr, sehr geil. Ich muss weiterarbeiten. Dann sieht's nicht, haut rein.